Habe ich das? Nein, nicht das Vieh! Och nö, 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 nö! Mann, warum immer diese Typen, ey, es kann doch nicht sein! Ernsthaft, das ist so dumm, diese, boah! Kein normaler Mensch, kein normales Sicherheitspersonal rennt mit schwer gepanzerten Typen durch die Gegend, die Stiper-Schüsse in den Kopf kriegen können und das interessiert sie nicht! Niemand! Und auch nicht in 20 Jahren! Das ist das Dümmste, was ich in dem Spiel je gesehen habe! Sehr gut! War zwar nicht geplant, aber hat perfekt gewirkt! Das hat doch gut geklappt! Was, den muss ich ausschalten? Na, klasse! Habe ich irgendwas zum in die Luft sprengen? Jetzt wird's böse! Ich bin, komm, ja! Lauf doch nicht da lag. Ach, lauf doch nicht. Ach, das ist so dumm. Habe ich irgendwas zum Sprengen? Ja, habe ich. Nichts da mit dir, mein Freund. Ich hoffe, er hat den einen oder anderen mitgenommen. Hm. Ich brauche andere Kameras. Wenn du so beschissen stehen bleibst, dann nicht. Ich brauche dich, nimm. Hm. Ich brauche dich, nimm. Es ist nur recht intelligent, erst den Rest der Besatzung hier auszuschalten, bevor ich mich mit dem großen kümmere. Ah, es ist schwer einmal im Moment über den großen rumzurennen. Ruhe, dann passiert doch nichts. Aber ich habe fast alle erwischt. Das war ein sehr guter Schachzug von mir, auch wenn so echt gar nicht geplant war. Findet ihn! Der kann uns doch nicht abgehängt haben! Ich habe die Scheiße. Okay, einer ist immer bei ihm. Der andere rennt frei rum. Den hole ich mir. Na nü, wo bist du? Sucht weiter! Jetzt haben wir ihn! Ritte vor! Aufhören! Hui! Auf vor! Na, na, na! 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 Der hat genau so einen Schussfeld wie ich. Dann bleibt man hier, ob es so wohl verwehrt. Kann ich hier irgendwas die Luft sprengen noch? Kann ich. Na komm her. Das hat nicht funktioniert. Scheiße. Man sieht aber auch keine Lebensanzeigen von diesen Viechern. Na endlich. Nicht schlecht. Behalt dich. Wir schauen mal kurz ins Skillmenü rein. Wir haben 14 Skillpunkte wieder und die setze ich auf Waffen. Scharfschützenpunkte. Ruhiges Ziel beim Scharfschützen. Mach ich natürlich. Genau. Bomben machen wir noch. Und Schutzweste. Klingt nicht schlecht. Und da haben wir auch schon fast alles Punkt vom Aufhängen. Wir haben ein Fenster. Mann. Hätte ich dich doch nur schon früher gekannt. Hast du ja alles erreicht? Keine Sorge. Erreichen wir es in Schikaden. Hast du dein Virus schon fertig? Mehr oder weniger? Mehr oder weniger? Mehr? Es soll klappen. Glaube ich. Was soll das heißen? Ich gehe in die Höhle des Löwen. Sei nicht so dramatisch. Komm du an ihren Server. Das Teil von John. Und du bist die Legende von der Clara ständig faselt? Die was? Wer? Vergiss es. Tja, dazu hat er aber nicht ganz Unrecht, ne? Ich meine, wir könnten ihn ja auch finden. So. So hält man übrigens auch los an. Die Zukunft liegt bei Blumen. Oh, gehen wir Blumen pflücken. Ja, das wird nicht leicht. Und ich bin ein riesen Echo auf ihrem Radar. Aber sobald ich fertig bin, habe ich Raymond Kenny so gut wie in der Tasche. So. Oh. Go, go, go. Go, go, go. Ich bin beim Eingang. Der Mann, sei vorsichtig. Du kannst da nicht einfach so reinwalzen. Das ganze Gebiet wird komplett überwacht. Die sehen dich. Und die Server werden gesperrt. Das wird die Sache schnell beenden. Also nicht entdecken lassen. Kein Problem. Äh, schön, dass du das einfach sagst. Ich würde ja gerne mal wissen, ob meine Waffe schallgedämpft ist. Nein, ist sie nicht. Schade eigentlich. Ah, Moment. So war es nicht geplant. Hä? Ich weiß zwar nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich habe es gemacht. Habe ich? Sieht okay aus. Ah. Hallo, Lady. So. Ich habe ja was geöffnet. Hm. Hm. Ich frage mich immer noch, wie ich da drüber kommen soll. Ach, da. Hm. Identifiziere dich. Ich? Oder wie meinst du? Ja, ich. Hallöchen. Das ist okay. Ich frage mich. Ja, das ist okay. Das ist okay. Wow, das geht ja mega einfach. Wow, das geht ja mega einfach. Okay. Seht euch um. Pass auf, Mann. Fangt an zu suchen. Leck mich doch am Arsch! Na, was ist? Was war denn das? Nichts. Huch! Ich wurde entdeckt? Hä? Wie wurde ich jetzt entdeckt? Der Typ war... Hä? Ach, Mann. Das hat so gut geklappt. Dann halt nicht. Hm. Oh, Feinde. Ja. Ja, ist schon klar. Moment, da waren da nicht chronische Teile. Hup!